Hallo von der C4PonyFarm. Wir haben mal wieder ein neues Video mitgebracht. Was haben wir uns denn heute ausgedacht? Wir wollen ja nicht, dass unseren Reitschülern der Unterricht zu langweilig wird. Also haben wir heute mal die Aufgabe gestellt gehabt, zwei Mädels sollen das Pony tauschen. Ja, die haben gelacht. Pony tauschen. Geht doch schnell. Absteigen, aufsteigen. Nein, so war es nicht. Sie sollten das Pony tauschen, ohne abzusteigen. Es war natürlich ein Heidenspaß, aber dieses Video hat auch noch einen zweiten Teil. Nadine hat gesagt, was die Mädels können, das kann ich auch. Und hat gesagt, auf unserem Egal, das probiert sie und hat als Opfer ihre Tochter dazu mitgenommen. Wem das noch nicht reicht, wir haben letztens ein neues Video, was heißt ein neues, wir haben letztens ein Video gedreht, die 20 Arten zum Absteigen. Wenn ihr da ganz oben auf das I drückt, auf den Informationsbutton, dann kommt ihr zu dem Video hin. Wir würden uns freuen, wenn es euch gefällt. Like und ein Abo wäre natürlich super toll. Aber jetzt wieder weiter zum Film. Es hat sauspaß gemacht. Ich glaube, ich habe am meisten von allen gelacht. Ich wünsche euch viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Auf. Und wenn ihr da auch noch drückt. Ich habe eigentlich kleiner als Lady. So, eure Aufgabe ist jetzt, die Ferse tauschen. Boden rühren ist verboten. Die sind falsche. Ja. Also jetzt tauschen wir eure Bonis. Bonis tauschen. Nimm doch ihren Fuß als Hilfe. Ja genau, kannst du auch auf ihren Fuß draufstehen. Oh mein Gott. Ja. Hält dich fest? Gib mir die Hand, gib mir die Hand drauf hin. Ja. Komm, hör mal. Oh mein Gott. So. Warte. Warte. Reden, komm. Komm her hin. Reden, komm. So. Jetzt muss ich da hin. Ja, jetzt muss der erste wieder zurück. Hey, was? Nimm jetzt wieder ihren Fuß. Jetzt muss sie sich festhalten. Nimm den richtigen Fuß. Den richtigen Fuß, das ist der Beutel. Oh mein Gott. Reden, ich nackt. Reden, ich nackt. Warte, okay. Warte. Schieb, schieb, schieb. Und loben die Ponys. Ja, das haben sie total gemacht. Habt ihr Leckerlis? Nein, können sie essen. Welche Tarte? Die. Na, hopp, die. Und zwar mit dem Fuß. Die. Ne, warte. Der schlagt mit dem Fuß. Was denn? Auf mein Fuß. Darf ich schieben? Und jetzt gehe ich rum. Rum, 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 rum. Und getauscht. Tada. Aber wer soll dann wen heben? Der vordere, der wo hinten hockt, hebt den vorderen und lebt den nach hinten rüber. Erst geh wieder nach vorne. Nein, der andere brauchst du jetzt. Das muss ich. Schaffen wir das überhaupt. Warte, ich muss lieber da hoch. So. Jetzt lässt du mich erst mal nach hinten rutschen, weil du sonst schon nicht mehr Platz hast. Ich hab's nicht bekommen. Den Fuß. Aber ein bisschen schwerer. Ganz festhalten. Und rüber. Oh, komm. Schön, dass du da warst. Bitte abonniere unseren Kanal, damit wir dich immer auf dem Laufenden halten können. Für jeden Kommentar spenden wir einem Pony deiner Wahl eine große Karotte zusätzlich. Sei dabei und mach unsere Ponys noch glücklicher. Tschüss und bis zum nächsten Mal.